So, willkommen zu einer neuen Folge Max Out Monday, eine neue Folge Pokemon Go auf meinem Kanal RamsesderDicke und ich weiß nicht, wie kompliziert und noch länger ich das Intro dann aufbauen möchte, da packen wir nochmal alles mit rein. Max Out Monday, am Montag, am Ostermontag, ja, das nehme ich jetzt gerade hier live auf. Ich mache das montags immer eigentlich am Montag, das wird nicht vorproduziert. Hier sehe ich gerade, geht sogar ein Ei auf. Was für ein Zufall. Ich habe gerade die App angemacht, wollte den Bildschirm übertragen und plötzlich, oh, das heißt, wir haben sogar noch ein Eierbrut-Video-Verein. Wir drücken jetzt mal hier drauf und gucken, was da drin ist. Vielleicht ist es ja ein Shiny aus dem Frühlings-Event oder ein 100er-Riolu oder so ein blödes blaues, jetzt muss ich jetzt warten, bis der Name steht, da steht Azuril, weil ich bringe ich immer durcheinander Merrill, Azuril, Azumeril, aber ja, Azuril und noch mehr. Ist es vielleicht ein 100er? Ne, ist es nicht, ist aber nicht schlimm. Wir haben nämlich, glaube ich, schon wieder ein 100er bekommen von dem Ding die Tage und deswegen seht ihr, die Eier füllen sich langsam. Wir kriegen 10 Kilometer Eier, aber ihr wollt ja 12 Kilometer Eier auf der Suche nach Molung. Ansonsten packen wir mal das hier noch rein und fangen an mit Max Out Monday. Ihr habt letzte Woche Montag unter die Folge wieder Kommentare geschrieben, welches euer Lieblings-Pokémon ist, was ich mal Maxen soll oder was ihr euch halt wünscht, was ich mal Maxen soll. Und ich gucke dann natürlich wieder nach, ob das funktioniert, ob ich das machen kann. Ich Maxe aber nur 100-Prozentige. Wir geben also vier Sternchen ein. Und dann das Pokémon, was wir suchen. Jetzt gehen wir mal hier drauf. Suchen wir uns das Video vom letzten Montag. Genau, 100 Prozent Primarene Level 50 war das, plus Zuschauerwünsche. Da haben wir auch einiges wieder gemacht. Jetzt gehen wir auf die Kommentare. 39 Kommentare sehe ich da. Wir sortieren die jetzt nach. Neueste zuerst, genau. Und gehen ganz nach unten, dass wir wirklich der Reihenfolge nach das abarbeiten. Was passt, was passt nicht und überhaupt. Erster. Gut. Der Rana Hanna. Fühl dich gegrüßt. Dann Jinaya. Max mal das 100er Hut-Hut mit Party-Hut. Äh, Hut. Wir haben beim letzten Mal schon das Noctu gemaxed. Das muss ich jetzt nicht nochmal zeigen. Das war so. Aber ich habe ja gesagt, wenn wir zum Beispiel immer nur fünf Vorschläge haben, aber sechs Sachen maxen wollen, maxe ich, obwohl ich die Weiterentwicklung schon gemaxed habe, vielleicht auch die Vorstufe. Würde ich in diesem Fall jetzt erstmal nicht machen. Ich würde jetzt kurz halt warten. NoGo schreibt, Hydropi oder Glaziola wäre cool. So. Glaziola haben wir ja eigentlich in der letzten Folge schon gezeigt, oder? Glaziola ist am Start. 50. Hydropi ist Sumpex. Hammer. Ich muss mal hier nach WP sortieren. Zack. Auf 50. Wir haben also noch nichts, was passt. Wir arbeiten uns weiter durch. Lenna, Level 50, Caputoro. Ach, Lenna. In jedem Stream, in jedem Video sage ich, ich mache nur meine zwei freien Pässe. Bei Caputoro. Das heißt, in der Zeit, wo das da ist, werde ich es nicht schaffen, die XL-Bombombs zusammen zu haben für Level 50, eins zu maxen. Und wenn, dann würde ich es ja auch nur 50 maxen, wenn ich einen 100er habe. Bisher habe ich zwei 98er, aber ich habe noch keinen 100er. Brauchen wir gar nicht nachgucken. Choreogl Gelb. Das Ding ist, Choreogl haben wir letztens ja auch eins gemaxed. Das ist für mich dann dasselbe wie Entwicklungen, sage ich einfach mal. Wir haben schon ein Choreogl gemaxed. Wenn ich keine weiteren Vorschläge hatte, würde ich vielleicht dann auch auf die Farben zurückkommen. Aber so zählt das Choreogl als Choreogl. Farbigel. Haben wir letztens gezeigt. Wir haben zwar einen 100er, aber die XL-Bombombs reichen nicht. Also, du kannst das gerne unter jedes Video schreiben, ja, weil alle drei Vorschläge gingen nicht. Der arme Lennart. Also gehen wir weiter. Schauen wir zu Marlon. Radant. Knackrack oder Giratina? Knackrack haben wir auch schon öfters gezeigt. Knackrack ist schon am Start. 100 Level 50 Giratina haben wir auch. Wer aufmerksam ist, weiß ja, dass wir hier ein Giratina, ein fliegendes, auf 100% Level 50 haben. Aber auch das mit den Beinen ist gemaxed. Giratina passt also auch nicht. Nico, mach mal Tauros. Tja. Da werden die XL-Bombombs sicherlich auch fehlen. Wir können zwar mal nachgucken. Tauros, 100er ist da, aber nur 8 XL-Bombombs, was ja eigentlich klar ist, weil das ist ja jetzt nicht, das ist kontinental, ja. Ich, ich, Europa, das, Amerika, wir nix uns sehen. Deswegen keine XL-Bombombs vorhanden bei Tauros. Dann Polenta. Was ist Polenta? Pat Luca, ne? Wir geben mal Polenta ein. Haben wir nicht. Falls er Polenta meint, haben wir doch beim letzten Mal, oder? Haben wir das nicht? Haben wir nicht Lauchzelot gemaxed? Nee, haben wir nicht, weil die XL-Bombombs fehlen. Und dann fehlen sie wahrscheinlich auch beim Polenta. Ja. Geht also auch nicht. Aber sind alle als 100er da? Ah, die sabotieren wir jetzt nicht hier die Aufnahme. Du bist letztens nämlich auch irgendwo dann draufgetreten und dann plötzlich hat er es nicht mehr aufgenommen. Jetzt steht aber noch Aufnahme. Läuft. Ich tue mal die Tastatur einfach hoch zur Sicherheit. Dann haben wir XD-Playing. Bitte. Magnezone, Lucario, Brocolos, Aeropterix, Zapplerang, Wischu, Funifras oder Fermicula. Oh. Magnezone, Lucario, Brocolos. Ja, ist auf jeden Fall was dabei. Das sage ich jetzt schon. Magnezone. Ist schon gemaxed auf 50. Lucario habe ich keinen 100er. Deswegen geht das nicht. Geschweige denn von den XL, oder? Was ist denn hier Lucario? Achso, ja, weil ich ja keinen 100er habe. Genau. Das sehen wir uns jetzt das normale auch nicht angucken. Aber Brocolos. Brocolos. Bri, bra, bro. Bro, Brocolos ist auch auf 50. Den haben wir nämlich auch schon mal gemaxed. Aber was hat er denn noch? Aeropterix, Zapplerang. Aeropterix, Bäm. Ist zwar jetzt 100er da, aber wir haben keine XL-Bomb-Boms. Zapp. Suchen wir mal Zapp ab hier. Zapplerang. Zapplerang? 100er da, aber keine XL. Wischu? Weiß ich jetzt schon. Kein XL. Und kein 100er wahrscheinlich. Nö. Also geht auch nicht. Funifras oder Famicula? Vielleicht haben die zwei Boys jetzt Glück. Funifras? Oh, Funifras. Da habe ich was für dich. Gut, Funifras. 100% können wir maxen hier auf 2700. Und das ist das allererste, was wir heute maxen können. Ihr seht, es wird immer schwieriger von Folge zu Folge. Wirklich noch was zu finden dann, was noch nicht gemaxed ist. Oder was man maxen kann, weil die Leute, die... Ich glaube nicht, dass die Leute einfach ihre Lieblings-Pokémon nennen. Sie nennen hauptsächlich die Pokémon, die fast unmöglich sind, jetzt zu maxen. Zum jetzigen Zeitpunkt, so an sich. Die suchen sich die Härtefälle raus. Famicula kann man ja mal ganz kurz gucken. Würde Famicula auch gehen? Famicula würde eh nicht gehen. Also, ein Vorschlag hat gezählt bei dir. Das ist die Eins von Sechs. Lukas, wenn es geht, mach bitte Nido King. Giratina oder Kangama? Giratina haben wir gezeigt. Kangama, werden wir natürlich keine XL haben. 52. Aber Nido King. Nee, Nido. Was hat er gesagt? Nido King oder Nido Queen? Nido King. Nido King. Haben wir hier. Können wir maxen. Machen wir auch mal. Auf 2900. Adi, Schatz! Der funktioniert also. Ist der Zweite, der heute gemaxed wurde. Auf Level 50. Wir machen jetzt hier auch wieder das Teil dran. Das heißt, Nido Queen würde auch gehen, falls jemand sagt, dann weiß ich schon, dass ich Nido Queen vorschlag, dass der König nicht alleine ist. Oh, Thomas Borkenhagen, Nido King oder Queen? Dann nehmen wir natürlich gleich die Queen und maxen die einfach auch auf 2812. Dankeschön, Borki, dass das so gut funktioniert hat. Ist ja wie abgesprochen, ist das Dritte. Seht doch den Unterschied. 20902, 2812. So groß ist der Unterschied doch nicht. Was haben wir weiter? Dann haben wir Thorsten Schnur. Ein Shiny Voltolos wäre cool. Habe ich nicht als Hunderter. Wenn du kein Hunderter Shiny hast, dann nehmen wir ein normales. Ist schon erledigt. Haben wir letztens auch ganz groß in den Titel geschrieben. Hier. Voltolos. Oh, ich habe den Tag nicht dran. Mit Level 50. Schön, dass wir nochmal nachgeguckt haben. Ist also auch ein 100%. Voltolos. Level 50. Äh, ja. Fehlt aber trotzdem. Wir brauchen immer noch drei Pokémon. Wir arbeiten uns weiter durch. Baloo. Choreogl. Blau. Pelipper, Panzer, Aeron. Choreogl. Blau. Ist ja wieder der Vogel. Den würde ich erstmal jetzt weglassen, weil wir schon einen Vogel gemaxed haben. Pelipper, Panzer, Aeron. Pelipper, Panzer, Aeron. Pelipper, reichen die XL leider nicht aus. Und Panzer, Aeron, glaube ich wahrscheinlich auch nicht, oder? Panzer, Aeron. Nee, leider auch nicht. Sorry, Baloo. Falls wir nichts mehr haben und wieder von unten anfangen müssen, dann müssen wir halt auch Doppelte nehmen. Dann kommen halt die Vögel in ihren verschiedenen Farben dran. Mein Gott. Henry Herford, Krawumms oder Maske Regen auf Level 50 wäre echt cool. Dürften beide noch nicht auf 50 sein. Ich will mal ganz kurz bei Maske Regen nachschauen. So. 2, 1. Der würde gehen. Komm, ich hab den jetzt einmal drauf. Ich maxe den jetzt erst hier auf. 2, 5, 6, 7. Maske Regen. Henry Maske. Wird auch gemaxed. Es kriegt 50 dran. Und wir gucken mal ganz kurz nach Krawumms. Einfach aus Interesse. So. Krawumms würde auch gehen. Aber ein Vorschlag von Henry war ja schon. Der Henry könnte natürlich nochmal Krawumms drunter schreiben, wenn er es sich fürs nächste Mal noch wünscht. Sarina. Ich wüsste nicht, was ich dir vorschlagen könnte. Aber mich würde interessieren, wie viele Level 50 ja du bereits im Beutel hast. Wenn ich es nicht vergesse, können wir ja nachher mal einfach auf den Tag Level 50 gucken. Und dann sieht man ja ungefähr, wie viel. Gabriel 14.05. Vielleicht nächste Folge ja dann das Schlappohr. Schlappohr. Haben wir das noch nicht? Haben wir das noch nicht? Schlappohr. Ja, doch. Müsst mal. Weil wir es als Mega-Entwicklung haben. Was wir schon auf Level 50 100% mit Mega-Entwicklung. Weil das das ist, was wir immer entwickeln. Ist sogar Best Buddy. Also Schlappohr ist auch am Start. Man hätte natürlich jetzt den anderen Osterhasen noch machen können. Aber ich glaube, den hat keiner vorgeschlagen für die Osterzeit, dass man den anderen Osterhasen macht. Der Krabbit oder wie der heißt. Stanley. Hi Ramseas. Ich wollte dir nur sagen, dass wir in Pokémon Go Glücksfreunde sind. Geil. Wir haben auch schon getauscht. Dann kommt Arcade Gregor mit Kuiutsu. Dürfte. Dürfte. Ne, dürfte nicht. Kann man aber maxen. Würde man normalerweise sagen, ja, warum hast du den entwickelt? War doch auf den C-Day. Aber am C-Day, naja, kriegt man ja vielleicht noch einen. Und dann kriegst du auch wieder XL. Also maxen wir mal das Kuiutsu. Ich habe auch mal eine Folge gemacht, wo wir alle Wasserstarter maxen. Da hatte ich den aber noch nicht. Deswegen fehlt er ja in der Reihe von Pokémon, die dann gemaxed sind. Sodass auch dieser Wasserstarter gemaxed ist. Sodass wir jetzt die Wasserstarter wieder komplett haben. Machen wir auch Level 50 dran. 3001 erinnert ein bisschen an Stolos. Stalos? Stolos? Stolos. Das eine ist Stolos. Stolos. Stolunior, Stolrag, Stolos. Genau. Stalos ist ja hier Onyx. Stalos. Ah, die sieht ziemlich zerquetscht aus. Also, Kuiutsu. Am Start. Das war, glaube ich, jetzt die Nummer 4. Wenn du hast, Shiny, Gengar. Aber nur wenn Shiny. Und dann bitte mit Mega. Ich habe über 1000 gefangen und kein Schillerner ist dabei. Es ist das Pokémon. Da habe ich jetzt aber leider das Problem, dass wir haben natürlich Gengar. Aber halt nicht als 100er Shiny. Aber wir haben das Gengar an sich ja auch mit Best Buddy gemacht. Und Level 50, 100%. Ein Shiny würde ich jetzt gerade nicht maxen erstmal. Weil ich bin ja hier, ich muss ja die, ne? Ich kann den Discord nicht beitreten. Grüße gehen raus an Jakob. Ich weiß nicht warum. Ich weiß immer noch nicht, was die Leute auf Discord immer alle machen. Dass auf Discord 10.000 Leute sind. Obwohl da auch nicht geradet wird. Da auch nicht groß geschrieben wird, meiner Meinung nach. Aber alle sind erstmal auf dem Discord. Ich finde den Fanchat übelst entspannt und übersichtlich. Oder wer raiden will, die Raid-Gruppe. Aber selbst da gibt es keine Raids. Und bei Discord gibt es auch keine Raids. Aber, ja. Hauptsache wir sind auf dem Discord. So irgendwie. Nix gegen Discord. Aber der wirkt irgendwie tot. Obwohl er eigentlich lebendig sein müsste. Benjamin Engel. Habe es geschafft, mein Voldolos auf Level 50 zu pushen. Und drei Raids später kamen. Das 100er. Wenn Voldolos Tiergeistformen wiederkommen, wird er wieder viel geradet. Rabigado auf Level 50 hätte was. Habe ich aber keinen. Ach, Benjamin. Benjamin. Guck. Habe ich keinen. Wenn ich Raab eingebe, habe ich Nocchan, Kikli und Caboera. Wegen wahrscheinlich Rabauts Entwicklung. Geil. Gucken wir uns nicht an. Vielleicht kann man davon was maxen. Aber sowas nennt ja keiner. Rabigado geht also leider nicht. Ich habe keinen 100er Gano will. Moing, moing, hallo. Hirtan, also Heatran, Iveltal und Riggigigas wäre cool, wenn du einen maxen kannst. Kann ich sogar alle. Pass auf. Ich habe nämlich... Heatran habe ich auf 100% Level 50. Ich habe sogar noch zwei andere 100er, wie man sieht. Iveltal habe ich auf 100% Level 50. Und jetzt kommt es... Riggigigas habe ich auch auf 100% Level 50. Habe ich auch vier Stück. 400% Riggigigas. Und letztens haben wir auch Riggirock sogar noch gemacht. Auf 100% Level 50. Also siehste, moing, moing, hallo. Alle drei Rückschläge. Alle drei Vorschläge berücksichtigt. Samuel Prokop sagt Kinglar. Oh, jetzt bin ich gespannt. Kando-Pokémon mag ich immer sehr gerne. Aber haben wir schon einen Kingler auf max? Haben wir nicht. Muss unbedingt nachgeholt werden. Kingler. 100% Level 50. 3198 kriegt ihr auch jetzt hier den Batch. Und jetzt brauchen wir noch einen. Einen Pokémon müssen wir noch maxen. Das dürfte jetzt das fünfte gewesen sein. Bin ich mal gespannt. Das gelbe Choreoge. Wie gesagt, Choreoge lassen wir erst mal weg. Weil wir ja schon eins gemacht haben. Kannst du deinen 100% Hytera Bonzak nennen? Wäre mega. Christina Bonzak. Habe ich gesagt. Schreib es halt nochmal drunter. Vielleicht habe ich es übersehen. Da ist es. 100% Level 50. Nennen wir es einfach Bonzak. So. Zufrieden? Bonzak? Sonst müsste es man mit zwei Nullen schreiben. Und dann das A als 1. Dann heißt es Bonzik. Aber da ist ein 100 dann drin versteckt. Ja, ich glaube, das ist gar nicht lustig. Also lasse ich lieber weg. Labras maxen. Alexander. Ahringer. Labras. Fehlen bestimmt XL. Oder? 11. Boah. Macht mal ein Labras-Event. Das Labras vermehrt Spawn. Labras wäre auch was. Unbedingt kann nur was gemaxed werden muss. Auf 50. Kleiner Funfact. Es sind 8XL bei Lauchzelot zum Umwandeln. Nicht 87. Mein Vorschläge. Quapo. X-Bad Kaputops. Quapo. Da ist bestimmt was dabei. So wie es aussieht, ist es schon einfach Quapo. Dann mixen wir Quapo. Machen wir den Level 50 Badge dran. So. Die anderen zwei gucken wir jetzt gar nicht erst nach. Die anderen zwei gucken wir jetzt gar nicht erst nach. Das ist dann. Kann man ja wieder vorschlagen. Vielleicht geht er ja noch was. X-Bad Kaputops. Danke Marc. Niemals. Du warst die Nummer 6. Hier steht ein Tito wäre mega cool von E-Rock. Aber. Wir sind fertig. Ich lese nur noch vor was die Vorschläge waren. Ansonsten wer jetzt nicht dran war. Kommentiert halt bitte einfach nochmal. Ihr seht wir brauchen. Wir haben heute auch ewig gebraucht. Bis wir wirklich 6 Stück gefunden haben. Leonardo hatte noch gefragt, wie ich das immer alles kriege. Gossi. Alle Eboli auf 50. Wenn nicht Aquana. Eboli kann ich mal eingeben. Kann ich mal zeigen. Weil. Da wird es nicht nochmal vorgeschlagen. Wenn es sowieso schon so ist. Also habe ich hier gezeigt. Wir haben. Sianer auf 50. Wir haben Glaziola auf 50. Aquana auf 50. Felinara auf 50. Flammara auf 50. Volipurba auf 50. Blitzer auf 50. Nachthara auf 50. Und Evoli selbst auch auf 50. Alle also voll. Alle sogar Best Buddy. Das ist eigentlich eine schöne Sammlung. Oder? Genau. So. Dann sind wir bestimmt gleich fertig. Level 50. Piondragi wäre cool. Agoyon TV. Gerne nochmal vorschlagen. Shadrago oder ein Admorai wäre toll. CG22. Gerne nochmal vorschlagen. Matze. Ein Corazon Blau oder Pingi wäre cool. Liebe Grüße Matze. Nordland. Gerne nochmal vorschlagen. Und dann sind wir jetzt auch oben angekommen. Wer nicht dran war. Schreibt seinen Vorschlag nochmal drunter. Vielleicht dann in der nächsten Folge. Wer dran war. Und noch einen neuen Vorschlag hat. Schreibt den auch drunter. Und ansonsten würde ich sagen. War es das. Von meiner Seite aus. Wir sehen uns. Achso. Wir wollen da kurz noch nachgucken. Wie viele. Wo muss ich denn da hier jetzt hier. Ich muss jetzt hier drauf. Und hier auf Tags. Und da sehen wir Level 50. 221 Pokémon haben dieses Tag. Also 221 müssten es jetzt sein. Die auf Level 50 sind. Ansonsten war es das. Von meiner Seite aus. Danke, dass ihr immer so fleißig Kommentare einreicht. Für dieses Format. Denn ohne eure Kommentare wäre dieses Format nicht möglich. Aber ohne eure Kommentare hätte ich wahrscheinlich jetzt ein Jan Krabbit gemaxed. Weil das zum Osterevent passt. Vielleicht hätte ich auch sagen sollen, ich maxe ein Krabbit und nehme nur 5 Vorschläge an. Aber naja, egal. Gucken wir mal weiter. Gucken wir mal weiter. Ansonsten war es das von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Peace out. Vorhaut. Euer Ramses.